Werder Bremen braucht Punkte im Abstiegskampf. Das hat Interimstrainer Florian Kohfeldt nicht geschafft, trotzdem lieferte das 1 zu 2, 1 zu 1, bei Eintracht Frankfurt Argumente für eine längere Beschäftigung des Nachfolgers von Alexander Nuri. Die Bremer traten kompakter, aber vor allem deutlich offensiver auf, als in den bisherigen zehn Saisonspielen. In der Tabelle bleibt Werder mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz. Die Tore erzielten Ante Rebeck, 17. Minute, und Sebastian Haller, 89. Für Frankfurt, sowie Niklas Moisander, 24. Werder kam gut ins Spiel, hatte durch Max Grusel früh die Gelegenheit zur Führung, 2. Nach einer Viertelstunde konnte sich Frankfurt befreien, und Rebeck schlenzte gleich die erste Chance mit viel Übersicht ins lange Eck. Beim schnellen Ausgleich half die Eintracht mit, eine Ecke konnte nicht geklärt werden, und so stolperte Moisander den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Das gab Werder nach kurzem Schock die Sicherheit zurück, und so musste sich Frankfurt in der Schlussphase der ersten Halbzeit bei Torwart Lukas Radecki bedanken, der die Großchancen von Zlatko Juno Zovic, 40, Kruse, 42, und Maximilian Eggestein, 43, glänzend parierte. Nach der Pause war die Partie wieder offener. Bremen überzeugte zunächst mit guter Spielanlage, aber die besseren Torchancen vergaben Käfin-Prinze Boateng, 55, und Jethro Willems, 64. Vor allem Boateng hätte aus kurzer Distanz treffen müssen, konnte einen Querpass von Willems aber nicht kontrollieren. In der Schlussphase spielte dann nur noch Frankfurt auf Sieg, und wurde durch Hallers Direktabnahme belohnt. Die Eintracht kletterte in der Tabelle vorerst auf Platz 5, kann aber am Wochenende noch überholt werden.